Yo Leute, kleine Stream Ankündigung, heute 14 Uhr wird es wieder ein bisschen Evolve geben, also schaut vorbei, Evolve am Mittag muss auch mal wieder sein und ja, wir werden so bis 17, 18 Uhr maximal machen, denke ich, also eine kleine gemütliche Runde am Nachmittag Evolve. Wie immer auf Twitch, wie immer, gibt es den Link unten in der Videobeschreibung, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, ich sage einfach mal, wir sehen uns dann später ingame, bis dann, haut rein, tschö tschö.